Yo! Was geht ab? Ihr geilen Schnittchen! Ja! Alle von euch. Auch die die nicht so geil aussehen. Wir sind wieder am Start. Hier ihr seht es. Ich habe einen Raketenwerfer. Obwohl es Granaten sind? Ja. Das ist selber. Sehr legitim. Trotzdem nehme ich die schwächste Waffe. Also die schwächste Handfeuer. So JP, hilf mir doch nochmal. Ja, das ist immer kacke nach der Pause. Das wollten wir jetzt machen. Was haben wir denn im Winter? Wir wollten in das Haus zurück. Zum Zerlegungslager. Zerlegungslager. Genau. Erstmal ein bisschen backtracken. Das war gar nicht schnell. Hier haben wir alles so gut. Geil. Und ich fick den richtig den Oscar Walter. Den ich jetzt... Ich benutze lieber ein Kondom. Okay. Danke. Schlangenchlüssel haben wir noch nicht. Wir müssen ein gutes Vorbild sein für unsere Zuschauer. Wir machen nichts mit halben Sachen. Nein. Bewaffnet. Körperlich. So wie jetzt auch romantisch. Ach. Ich bin doch doof. Ja. Ja, jetzt haben wir wieder Schuss im Haus. Und dann natürlich haben wir einen weiteren Spielabschnitt durchgeforstet. Und jetzt ist natürlich mal wieder alles offen an Jumpscares, die sich hier verstecken können. Oh. Wollte ich hier schlafen? Wow. Meine Güte. Das war jetzt ein bisschen stark wach. Es ist dunkler, Alter. Es ist dunkler. Es ist dunkler. Es ist neu. Ja. Hä? Verarbeitungsbereich. Ja hinten. Hä? Willst du es vielleicht mal aufnehmen? Ja doch. Warum haben wir die nicht genommen? Vielleicht gibt es jetzt einen weiteren Abschnitt, in dem wir jetzt hier hingehen können. Und das ist schon mal die Karte dazu. Oh, die Werkstatt ist zu. Links. Was ist denn das für eine Tür? Ach, hier ist richtig. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Sorry. Ach, hier ist richtig. Hier geht es so. Da gibt es da irgendwas raus. Meinst du, du schaffst es jetzt zu zocken und nicht? Alter. Wow. Oh, hab ich nicht jetzt raus. Lebt die immer noch? Oh, du kannst nicht mal mit einem Messer ran. Komm, Alter. Messer die mal. Dann müssen wir sie vielleicht nachher nicht mehr als Endgegner erleben. Stich da! Rein da! Rein da! Ah! Wow, ich habe komplett vergessen, dass man blocken kann. Ich kann nicht zu sticheln. Geht nicht. Jeder normale Mensch hätte die schon nach dem zweiten Mal... Aber hier kann ich von hinten. Los in den Kopf rein. Mit Ziel. Geht nicht. Oh, hab ich jeden Schreck bekommen, Alter. Ich dachte, du wolltest sie jetzt echt mit der Schreck gerne mal abnehmen. Dann hab ich den Trick eben bekommen, Alter. Oh, irgendwann ist die der Ober-Zombie-Satans-Hüllenfürst. Halleluja. Die rauben uns doch nicht. Ich möchte sagen, der Vater ist vielleicht der Entgegner. Ne, Mann, die Olle. Aber so gruselig... Na ja, gut, die Frau war jetzt auch ganz... Margot war jetzt auch ganz gruselig, ja. Ich wollte jetzt sagen, die sind jetzt nichts im Gegensatz zu Nemesis. Teil 3 beispielsweise. Nemesis war schon anderer Typ, ey. Nemesis ist krasser als die hier? Ja. Weißt du nicht? Nee, Alter. Gut, okay, ich denke jetzt auch grad an die Grafik hier, Alter. Die Maschine wird angeschmissen. Ganz ruhig beim Robot. Das ist ein Licker, ich weiß es nicht. Das ist ein Licker. Ich hab mir geschossen. Leg mich doch am Arsch. Bleib ganz ruhig, Robert. Passiert. Der Kamower rausgeschossen, Alter. Halleluja. Der Kamower rausgeschossen. Dass ich den dummen Glück so gut getroffen hab. Also wirklich Props an die Game Design, Alter. Props, Alter. Das sind voll die Mistschweine, was sie hier mit uns machen. Ich find das voll gut, Alter. Dass die uns hier ficken. Das findest du gut, ja? Ficken oder gefickt werden, ne? Hab ich mich erschrocken, Alter. Ist das nicht... Ach ja, klar. Unser Fight. Na, Teil, genau. Unser Fight, stimmt, Mann. Ja, aber nicht... Guck ich doch gleich mal nach Johnny. Hier ist Johnny. Johnny, bist du noch da? Äh, hallo? Oh, ich lieg doch da. Was ist hier passiert? Der Kopf? Alter, nee. Alter, ein Schwein. Oh, der springt ja gleich hoch. Was steht da? Wer ist das? Nein, der... Chris Redfield? Der schwarze Kopf. Ach, der Polizist, ja. Zeig das dein echter Mann. Das steckt deine Hand in den... Ach, nein. ...in den Rachen dieses Schweins. Also Mächteln, denkst du dir, nein danke und fertig? Ach so, das will der... Ähm, das will der Sohn. Ich weiß gar nicht wie der heißt. Warum? Die Totenstaubens eingesetzt haben, seine Gelenke sind steif. Scheulich süßer Gestank, er fängt schon an zu verwesen. Es geht aber schnell. Oh Gott. Ach! Hier unten ist noch so ein... Willst du erstmal in seinen Rachen greifen? Ja, ja, ja. Da unten ist noch Schlange oder Creme. Äh, Tio. Richtig. Ganz vergessen. Schlange. Haben wir noch nicht. Scheiße. Ja, zum Glück. Rachen? Ja, ja. Ich will nur kurz hier gucken, was du sagst. Nee, hast recht nachher, weil ich da wieder runter schubst. Obwohl. Er will das ja. Dann kommt vielleicht eine Sequenz. Ich guck auf. Wenn du genau davor stehst, kannst du es ruhig machen. Was denn? Ja, wenn du schon da kurz vorm Rachen bist, dann kannst du auch gleich in Rachen reingreifen. Ja, aber ich denk mal, das will ja der Sohn. Vielleicht kommt dann auch sofort eine Sequenz dann. Geil. Lecker, lecker. Fühlt jetzt nichts Neues. So, hier ist ein neues Schwein. Wie gelerft sieht das aus? Ist das Schweine wirklich so groß? Ja, es gibt richtig große Riesenschweine. Die sind schon so groß wie das viele. Schweine und Weltall. Ist das denn ein bisschen weiter? Ne. Ist das ein Gemälde? Oh. Achso, ja, stimmt ja. Da war ja was. Vorsicht, steck jetzt runter. Ja, ich kann schon runter. Oh, hier alles mit diesem schwarzen Moos-Sleim bezogen. Lungträt, jetzt komm, wir sind ganz. Du warst da drinnen was finden los. Was ist der Rachen? Was ist der Rachen? Also dieses Schwein ist das Schwein hier? Ja. Doch. Das hatte kein Rachen mehr. Doch. Aber das ist kein Schwein. Das ist ein Mann. Doch, das ist ein Buller. Ach, ein Bullenschwein. Das sieht aus wie, ich will es gar nicht sagen, tut mir leid. Das ist so ein Arschloß. Sieht doch nicht aus. Eieieiei. Oh, und das hat die Freikabe bekommen, alter. Sehr gut. Das war sowas von offensichtlich. Ja, Mann. Oh, das sagt ja die Werbung. Ist das ein halbes Rachenkreuz da drauf? Das schöne kleine Ding wird dir helfen. Weißt du, das Karten zu finden? Stilum aus, um an unserer Pferd teilzunehmen. Du musst mir den Eingriff verlieben lieben. Ist der Lautsprecher? Da. Na, was ist das für ein Lautsprecher? Funky. Retro. Jetzt bestimmt noch eine Disco-Kuhl irgendwo. Jetzt kommt ein Vieh. Oh, bewegt dich lieber nicht das Vieh. Ja, ich wusste es. Meine Fresse. Wow. Gut gemacht. Lass. 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 Geh. Weiter. Geh weiter. Nicht, dass es nicht tot geht. Achso, ne. Ist ein Liquor. Der geht vielleicht tot. Obwohl die in den Zerlegungsraum sind noch in einer Weile totgegangen. Erzähl ich noch. Wow. Ich hab dich zu heilen. Was? Sonst hätte ich mich da jetzt nicht so hingestürzt. Scheiße. Los. Tapfer durch jetzt. Bis zum nächsten Abschnitt. Ja, Mann. Bis zum Safe-Raum. Oh, kacke ey. Was tut hier. Der hat doch auch ruhig viele Macht hier, Wichser. Ne. 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 Ich hab's ja auch gut vorbeirennen. Das war ja. Ne. Bisschen unnötig. Du. Schärfst du auch, dass du nochmal ein Heil drank hättest. Ne. Ne. Sonst hätte ich's ja auch genommen mit RB. Guckst du mal kurz auf der Karte. So als Orientierung wo wir jetzt genau sind und weiterkommen? Achso. Krematorium und so. Krass. Da wollen wir noch nicht. Ne. Ne. Sonst hätte ich's ja auch genommen mit RB. Guckst du mal kurz auf der Karte so als Orientierung wo wir jetzt genau sind Krematorium war das mit den 3 A's glaube ich. Hm. Stimmt. Wenn mich nicht alles täuscht. Tamara. Genau. Ach ist hier nicht irgendwas. Wie lange wir gebraucht haben bis wir erst mal gemerkt haben. Ahja das sind ja 3 A's in Tamara. Das war schlimm alter. Hm. Gute Idee Digger. Ich hab das jetzt nur genommen damit ich was finde. Gute Idee Digger. Siehst du das hätte ich übersehen. Geil. Ach ich hab nichts zu mischen. Ne wir haben keine Flüssigkeit leider. Kann man das nicht einfach so nehmen? Außer das ist jetzt ne Flüssigkeit. Nein. Ach super. Kann man das nicht einfach so nehmen? Hm. Eine Pflanze? Warum nicht? Doch kannst du aber es bringt nichts. Waaah! Ne man kann es nicht nehmen. Man kann es gar nicht benutzen. Doch du kannst es benutzen. Aber es bringt nichts. Ich hab die allererste aus Versehen einfach benutzen. Es hat nichts gebracht. Echt? Ja man. Ich bin fast tot ey. Ach wir sind wieder am Anfang. Wie ist der? Hier ist der Zerlegungsraum. Äh der. Du hast recht. Ja. Super. Gleich benutzen. Äh äh äh. Äh äh. Äh äh. Och. Und ein starkes auch gleich. Super. Können wir jetzt hier nochmal mal reingucken? Naja klar. Da ist bestimmt was neues hinter. Super. Weil die Gegenstände sind ja auch wieder neu. Das reicht. Ach kein Schiss alter. Ein Schuss bloß. Oh Gott. Wenig Schuss. Ne du kannst nachladen. Ähm. Aber nur ein Munitionsstief. Ah ja ja ja. Dann verpalle ich aber einen. Ah! Das bringt dir nichts. Dann musst du ja über zu lange nachladen. Wie ist denn das? Äh äh. L2 und Y. Genau. Ja doch. Ich will ja einen verbrauchen. Das ist ja weg. Aber dann musst du nachladen. Dann kannst du kurz nix machen. Ich bin es. Ich röne kurz weg. Ne. Ah! Ich hätte jetzt wetten können. Schnell schnell bevor das Psychoscheißzeug. Ich denke ja. Komisch. Äh. Also vergiss nicht. Schade. Hier waren noch ganz viele Gegenstände. Denk halt. In dem Hauptgebäude sind auch noch Stangentieren. Vergiss das nicht. Naja. Willst du jetzt hin oder wie? Dann müssen wir jetzt auch zurück. Gut. Dann lass ich sie nochmal. Ach. Ach. Krass. Mach dich auf. Achso. Da waren wir schon. Das sind wir durch wahrscheinlich, oder? Ja. Ja. Sicher? Na klar. Ja, genau. Cool. Schade jetzt. Egal. Das andere Psycho-Ding nehme ich jetzt nicht. Schade. Hier war noch 3, 4, 5 Gegenstände. Egal. Auch noch was. Denk hier irgendwo drin nur noch. Ach. Ich geb auch. Alter. Okay. So. Gehst du lang? Ähm. Ach. Werkstätte ist verschlossen. Warum nicht? Ist man da? Ja. So. Hier? Hm. Die anderen Seite kommt da hin? Ne. Da gibt's keinen anderen Weg hin. Ne. Ist interessant. Von oben. Oder unten. Ich find's. Reinbrechen dann? Oder hochkramen dann ja. Ja. Oder runterfallen. Durch die Sequenz wahrscheinlich. Ja. Die schmeißen ja wirklich immer hin. Ich hab ein bisschen die Orientierung von oben. Muss richtig? Ich muss doch. Das ist richtig. Ne. Ja. Dann durch. Dann ist die Treppe da. Das ist falsch. Ich muss doch nach rechts. Ich bin doch zurück ins Haupthaus. Ich hab doch jetzt alles hier. Ich hab doch den Schlangschlüssel bekommen. Da muss ich noch. Ach. Da hätte ich doch lange gekonnt. Durch die Abkürzung glaube ich ja. Kann das sein? Ja. Ich bin sicher. Das ist jetzt ne Weile her wo ich ja... hier unten war mit dir. Ne. Ne. Jetzt bin ich irgendwie falsch. Sorry. Ich will wieder... Ach. Da oben. Meine Güte. Ne. Doch. Ja. Da geht's noch rum. Doch. Hier ist es jetzt nicht der her. Ja. Ist auch heißer dunkel. Hier ist richtig. Rechts kann sie abspeichern. Ja. Hier ist die Speichelderspiegel. mein lieber mann schmeiß die münze da rein schießball war halt ich gelassen weil wir haben fast keine schuss mehr für unsere pistole also wenn wir flüssigkeit finden wäre vielleicht nicht so schlecht wir brauchen mehr heilung auch für die magnum ist ja im links drinnen alter vorwalter er kann uns mal sonst wohl liegen war die karten verweils hinter den schlankschlüsseln also hauptgebäude und treppe hoch ist einmal ein schlanktier hauptgebäude und treppe hoch bin ich gerade dumm was für safe heißen das sah für mich aus wie in seiner gekreuzte schlange gerade in meinem kopf niedrig haben wir schon verwendet verwendet zeit zum verwandeln in 2017 ja ja also oben haben zwei sogar für zwei für zwei karten zwei türen für zwei karten passt perfekt cool kinderzimmer krass hier stimmt der richtige weg den mache ich jetzt erstes recht deutsch ist jack hier noch ja der macht ja nichts oh der ist aber größer als die anderen der hier doch mal ich wollte gerade richtig schön arrogant sagen nachher treppen kann er ja nicht hochsteigen nachuntersteigen aber schon naja ja los 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 ficken oh schnell ist bei mir äh was ist das hier wie sind die da hochgekommen jetzt noch eigentlich wollte man nicht oben oder so ja hallo der wachkinder der die geschoben hat von unten irgendwann schreit die uns mal an du hast recht und dann werde ich mir ne Hose puten nein so da ist was zu machen super aha ja noch ein verbrennungsmittel dazu ach so ja das ist aber hässlich ja jack tritt den marines an tritt den marines an tritt den marines an tritt den marines an bei ja von ja ja das erste was ich mache der ist halt wie alle anderen außer plus du musst die Hose einstellen da hätte man mal drauf achten müssen was auf dem Hose steht das macht kein schwein kannst du in anderen zeigen doch doch dann müssen wir mal gucken wenn wir mal Uhren sehen jetzt drücken wir mal drauf ja alter du bist engel 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 das ist schon eine Maske ha super in der Sack hm höde kopf kopf auf ne Ecke da waren wir noch nicht wahrscheinlich steht genau dasselbe wie bei allen anderen beiden das ist auch nur vom kopf lesen ich will ja im plan für eine waffe da soll es sein ach wo dieser dumme hirsch war und das andere ist das zeichen da neben der waffe ist die creme tue ja guck mal da ist der schatz da ist der schatz am kamin gleich neben der kreer war ja so noch weiter hinter soll die waffe sein gut dann wird er als spätestens die waffe liegen auf seine strecke große dinge masken wie von netherface ok jetzt müssen wir uns die zahlen was ist hier drinnen guselige alter ich glaube war es hier drinnen ja ja da 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 Viertel elf? Ne, zehn vor. Viertel elf? Achso, ne, das war der Kleinstager, sorry. Anderslang. Ich mach jetzt einfach mal Viertel elf, weil... Gehen wir schon hin. Ich stand ja da wie alle anderen Uhren. Ich geh jetzt mal davon aus, dass die anderen im Wohnzimmer da... Schön, dass wir es gleich gefunden haben. Natürlich rennst du da mal sofort vorbei, weil da ein Haufen Leute sind. Äh, also, geht noch. Ich hab ne Stunde vor. Also ne Stunde zurück. Ja, fast vielleicht. Ich krieg das hier nicht richtig hin. Krasse. Ist das das? Ist das ein Sexbird? Was ist das ein Sexbird? Sexbad? Sind nicht alle Betten Sexbetten? Stimmt. Nein. Den 3 und den Flintenschuss hab ich noch. Ey, gerade im Anführungsbeschuss müssen wir das für so einen fettigen Boss Battle aufheben. Alter, Rap Battle. Alter. 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 Was war da? 1. Wow, das sieht aus wie so ein kleiner Ampelspeicher. Kleiner Hacker. Scheiß. Alter. Alter. Was das bedeutet? Das ist immer schieber, Alter. Dieser Schlauch hier. Ich steh auf dem Schlauch. Ich steh auf dem Schlauch. Ich steh auf so einen Langschlauch. Warte, in der anderen Lecke? Warte, in der anderen Lecke? Warte, in der anderen Lecke. Hier? Auf der anderen Seite von diesem komischen Teil da. Achso, wie heißt der? Hey, der Hof hier. Ah, hier kann ich das. Hier kann ich das nicht. Du kannst reinforzen, ja. Ah, cool. Was ist das? Verbesserte Pistole, bitte. Cool. Nimmst du doch lieber die Pistole hier? Ich nehm das, was ich kriege. Ich verballer eh alles. Richtig. Ja. Was ist das jetzt? Ein Drehgeld. Was ist das denn jetzt? Unten. Ach, in der Werkstatt. Ach, in der Werkstatt. Hast du recht, man kommt von oben rein. Ich sag's dir auch immer. Kein... Ach, das ist ekelhaft. Oh, komm hierher. Aber warum wolltest du jetzt gerne nochmal in der Werkstatt wieder anfangen? Hä? Der Weg so weit? Ja. So, dann geh ich jetzt erstens zum Schatzfoto und dann geh ich in... Ich komm nicht zurück, Alter. Guck dir nicht. Ach, deswegen, okay. Eine Schlamptür haben wir noch offen. Ja, ja. Ich geh zum Schatzfoto und dann geh ich zur Zweifelschlampe. Und dann bist du Spalt schon wieder dran. Ach, den Moldetfiecher konnte ich jetzt ganz gut ausweichen, ja? Ja. Ja. Mann, ich drück mal einen falschen Knopf. Ach, Dietrich haben wir auch noch. Ist hier was? Gerade aus... Rechts... Rechts... Durch. Das ist ja gut. Durch. Hier durch? Ja. Aha. Ich hab' den Moldet. Mal speichern bitte. Das hab' ich doch ganz gut überstanden, oder? Ja. Außer, dass du wieder in die falsche Richtung wolltest. Das ist ganz normal. Ich geb' das Schatzfoto mal ab. Wir wissen, wo es ist. Habe ich noch eine Chemikalie? Ist das jetzt dafür oder nicht? Hä? Für den Granatwerfer? Ja. Da steht doch Flammgranaten. Was soll's denn sonst sein? Oh. Munition für den Granatwerfer. Wo stehst du noch mal drauf? Na gut. Alter. Sieh'n ganz bosnische Speisstoffgase raus. Ja. Danke. Schatzfoto. So. Jetzt soll Jack hier noch mal reinpfeifen. Hier ist Jack. Hier ist Johnny. So. Hast du vier warmen Viecher, ja. Im amerikanischen Original sagt er Jackie. Nee. Johnny. 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 Und im deutschen sagt er Jackie, weil er Jack heißt. Aber die haben im amerikanischen Original sagt er Johnny wegen... Robert jetzt komm, bewegt sich ja raus. Ja klar. Ja klar, die haben sich was sagen. Das passiert ja nie. Nicht die Deutschen. Wir reden von Stephen King's ass. Redram. 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 Verstehst du? Stephen King's ass. Hahaha. Redrams Mörder rückwärts geschrieben. Das ist vollkommen inkorrekt. Redram? Redröm. Ja. Mörder. Ja genau. Scherz. Am Rande. Ach hier ist das Klo. Hier soll's sein. Hier an der Ecke soll's sein. Hier soll's sein. Ist aber nischt. Doch da oben. Hoch. Gucken. Das sieht genauso aus. Was denn? Na wo der Kopf sein soll. Robert. Schatzfoto. Schatzfoto. Ja. Na da war ein Kopf zu sehen. Da war eine Waffe. Auf dem Schatzfoto. Ja und ein Kopf. Also auf dem richtigen Bild jetzt. Nicht hinten auf der Karte vom Bild, sondern auf dem Bild. Ach. Guck mal nach oben ein bisschen. Ach ne ich meine gar nicht Schatzfoto. Jetzt habe ich mich vertan. Gut super. Das gab's ja auch noch. Ich meine natürlich diese Waffengeschichte. Ja schön. Hm. Sieh ich mal oben? Richtig hier. Was ist denn der Schnüffener Wasser? Guck mal richtig. Auf den... Ja da. Ne. Doch hier an der Ecke. Irgendwo ist es. Vielleicht immer das Schatzfoto ich ablegen soll. Ist egal. Ne warte mal. Das ist doch ein bisschen falsch. Ne doch. Hier ist doch der Haus. Wo ist denn der scheiß Kamin hin? Da? Ne. Nicht doof. War denn der Kamin jetzt nochmal? Hier. Ne das war ein bisschen falsch eingezeichnet. Auf dem Kamin, auf dem Bild war hier die Krähe. Hier war der Schatz von dem Kamin. Hier war das Klo. Und hier war die Waffe. Wo sind unsere Unterlagen? Na das... Achso. Haben wir nicht so was. Ne. Wir müssen nochmal ein Schatzfoto holen, wenn wir es jetzt nochmal... Ne ne ne. Auf dem Schatzfoto, da war ja nur dieser Kopf auf der Ecke von dem Käfig drauf. Ich meine ja diese... Aber da hinten war die Karte davon. Ne die Karte haben wir extra gefunden. Ne ne. Auf dem Schatzfoto war hinten nur der Spruch. Denkst du du wirst es finden? Ich habe es wieder gut versteckt. Okay. Und diese Waffen... Es sieht aus wie eine Waffe. Diese Zeichnung, das war nochmal was extra. Aber das haben wir hier nicht im Inventar. Also hier war der Hirsch auf jeden Fall. Muss ja hier irgendwo sein. Waffe. Waffe. Da ist unten ein Hirschkopf. Also vielleicht ist es auch was irgendwie... Ach doch doch doch. Aber gut. Hier waren wir schon längst durch eigentlich. Früher. Und... Ja gut. Kann ja trotzdem was versteckt sein. Oder was neu dazu gekommen sein. Hier war die Krähe. Also da war jeder Hirsch. Daneben war die Krähe. Doch doch die Hirsch war da. Und dann war ein Kräher Schatz von dem. Oh, den ist... Ich sehe es gerade nicht... Wenn es hier rein soll... Oh, guck mal! Da ist eigentlich... Ich bin doch heute angeknüpft. Ah, Dietrich! Ja gut. Können wir noch mal später zurückkommen. Oh, was ist das? Fotografen. Das könnten ja die Bopfer sein. Ach guck mal, die ist auch noch nicht. Aber warum sollte hier jetzt auf einmal eine Waffe rumliegen? Das ist ja eigentlich Quatsch. Es ist ja nur so ein Bastelteil für die defekte Pistole. Könnte sein, ja genau. Obwohl das ja schon wie ein richtiger fette Wummer aussah. Wo soll es denn da sein? Wo hängen, dass wir das übersehen haben? Das war doch direkt neben der Krähe. Gut, ok. Sollte halt nicht sein, ne? Ne, ok. Schlangen, Schlüssel. Schade. Gucken wir ja nochmal später hinaufkommen. Das war halt nochmal zu dem scheiß Dings hin. Da kommt man von der Seite runter normalerweise. Ja, pass. Vielleicht nicht. Ja. Sehr schön. Das ist dunkel. Na und? Ne. Achso, die sind so auf dem Spindeln oder wie? Ne, äh, scheiße überzogen. Nichts. 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 Ja, das ist schlecht. Ja. Ja. Ich habe ein Foto von meinem Kopf gemacht. Ich habe die Feminierung verändert, damit die blöde Zoe nicht mehr zum Dachboden kann. Ich habe sie mit einer meiner Trophäen vom Erfinderwettbewerb vereint. Und jetzt wird sie sie nie finden. Dann ist das schon wieder alles. Was? Captain Baseball Bad Boy? Aus welchem Spiel? Da oben ist, ähm, ein Schuss. Aus welchem Spiel? Da, guck mal, was ist denn das? Kannst du das ganz oben oder so? Ne. Hier muss irgendwie was mit dem Ding sein. Das kann ich einfach so zum Angucken. Ja, ich sehe es nicht. Das ist was weggeschrappelt, so ein bisschen. Ja. Kann man vielleicht etwas drauf streuen nachher. Aus welchem Spiel ist Captain Baseball Bad Boy? Ist es noch? Mario? Max Payne. Ach, ach. Das war so ein Comic-Stripe, was man... Comic-Stripe? Comic-Stripe? Comic-Stripe. Comic-Stripe, das man finden kann im Spiel. Und der kleine junge Captain Baseball Bad Boy, der hat immer alle bösen. Tod geschlagen. Motor. Amateur-Roboter-Meisterschaft. Das ist immer Roboter-Meisterschaft? Na, hier. Das Robot-Wurst, wo die mit Roboter... Ach, Alter. Wow, ist das alt. Hä? Robot-Wurst gibt es doch von 2016? Oh, ich habe gehört, sowas gibt es nicht mehr. Oh, ich habe das gehasst damals. Mir gefällt so ein Scheiß. Ich musste das immer aus Langeweile gucken, weil nichts anderes kam am Sonntag. Das ist ja eine Sad-Story. Ja, Mann. Achso, was war der andere? Union und das war... Cooles Poster. Make a football. Ach hier, unser Mr. Everywhere. Ja. Was steht denn da? 2005. Hier... Heavy... Heavy Rain. Heavy Rain. Heavy Rain. War ich das überhaupt? Warum hat er überhaupt Brennkraftstoff da? Schlangen? 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 Ja, ich muss auch was drauf sein jetzt. Hm? Boah? What? Ne, schm什么 schmuffi. Na! Schmischen schmuffi. Es ist kleiner schmuffo-fil. Oh! Ach, ne. Das ist was anderes. Pillen? Ja, Mann. Ein paar Pillen. Pöken. Ach, ne. Schwangerschaft entfernt, was? Ah ja, muss man mit Arznei verbinden. Was bringen die? Nervensysteme, steht aber nicht da mal drin. Auch interessant. Auch interessant. Vielleicht verbessert es bloß dein Getränk. Ach, ist Aspirin generiert. Kannst du das lesen? Revelation? Revelation? Revelator? Energizer? Keine Ahnung. Das ist vielleicht hier Dextrose. Kannst du hier alles lesen? Sehr gut. Wow, das ist noch ganz schön versteckt. Ja, komm. Wo war ich da noch ein Speck? Oh, das hat er wohl gespielt. Also jetzt nicht hier, aber von ihm. Das hat er uns vorgespielt. Ja. 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 Andere. Ja. 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 Oh, wenn ich die jetzt ablege und die sind weg, dann würd ich mir ja vor... Dann kannst du nicht ablegen. Dann hätt ich mir das jetzt verdödelt. Ah! Schmeiß was weg? Schmeiß was weg. Oh, Alter! Urteil, das Gewälde zeigt eine Frau, das vor einer Menge kniet. Da musst du denn die Spielzeug-Axte reinpacken, ne? Ja, mal gucken, was das ist. Ich las. Aber das ist doch eine viel zu fette Axt. Und? Da unten haben wir was vergessen. Möcht ihr was liegen lassen? Guck mal, Mr. Bubblehead! Oh, ich muss draufschießen. Da. Da ist der Körper. Ja. 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 Und jetzt nach rechts drehen. Ja. Ja. Und nun mal umgekehrt. Ja. 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 Achso, jetzt auch. Ja. Ich kann es mehr nehmen. Steinschuh? Ich hatte es aber voll. Einzelnen hatte ich noch. Hä? Aber ich konnte doch das eben nicht nehmen. Ach, vielleicht hast du rot auf blau gesteckt. Das kann sein. Okay, ich drehe mich extra nicht um. Kann ich das nehmen? Ach, wer weiß. Ich bin der Schürler. Ich bin der Schürler. Ich war gerade mal. Ich bin der Schürler. Ich bin der Schürler, Herr Schmerz? Ich bin der Schürler. Vielen Dank. 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 So, let's go. Okay. 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 Die Amnesia, der Descent, der unterletzt ist was drunter. Du wirst dich doch, scheiße. Hey Kumpel, ich will das spüren. Ich spiele Gasgeruch. Dann lehne ich mich doch interessiert davon. Ich hatte es auch benutzen, als Waffe. Geht das? Wirst du mit einrufen oder mit ziehen? Ah, ne? Kann ich es machen. Ich denke, müsste das gehen, ja? Mhm. Das ist aber auch kein normales Teil. Das sieht ja ein bisschen komisch aus. Ne, ich halte es ja andeutig dran, ja? Ne, ich dachte vielleicht so mit angreifen, so mit hinhalten. Ne, mach doch nicht, ne? Na, hast du ja gesagt. Kann ich es machen. Oh, das muss doch hier gehen, nochmal. Ich habe es gelohnt unterwegs. Ein bisschen durchdacht, ja? Dass du mit der Kerze rumrennst und du kannst nicht ein Seil durchfragen. Vielleicht bin ich auch nur gerade, weil ich einen Daumenbruch. Du kannst nicht mit der Kerze rumrennen, ja. Ich habe auch noch mehrтыc. Aber es geht da. Da geht denn. Da geht das tausend. Ich nehme einen anderen Raum, wann es schon. Ich weiß, warum. Na, da durch. Links. Durchs, rechts. Oder ja. Da war es nicht schön? Hier war es nicht schön. Aber da geht es nicht. So, das geht also mit der Kerze. Ich nenne das Spiel, ich will wirklich die Höhle, wenn die aus dem Raum kommen, und Kaune kürze ich mich ab, weil trotzdem mühste man, und die Kürze umsucht. Mit meinem Herz wird zündet ihr, und schätze sie wieder, und seht mal zu lächeln. Diese Party ist für dich. Läck mich. Das sind keine Zahlen, die ganzen Symbole. Das ist doch, das ist eine 1. Okay, ne. Eine geengte Frau, ein Skopioli, Baby. Das hat sie auch immer. Was soll ich machen? Kannst du da jetzt hin und rein stopfen? So, ich versuch's. Lucas. Aha, da musst du das Wasser ausmachen, mit der, ne? Das andere Ding passt doch nicht? Ne, weiter probiert. Ich muss auch was finden. Auf einmal ist hier was. Kannst du reinstecken? Ja. Ist das für das Wasser? Steht. Viel habe ich hier ja nicht. Der Junge hat ihn in die Scheiße gekoßen. Ich benutze es mal, um... Kannst du damit durchgucken? Kannst du es nicht benutzen? Also normal benutzen? Ja. Guck mal, wo hier stand. Ah, clever. Ich will es ja erstmal sauber kriegen. Oh, was ist hier? Oh, so war ich schon drin. Ich weiß nicht, was es bringen soll, aber... Ich kann doch nicht sehen. Ja. Ich will den sauber kriegen. Richtig sauber. Ach, nach oben gucken wir nichts. Na klar. Cool. Das ist auch kompliziert. So ein beschissenes Fernrohr. Aber so viel reisen tut es nicht. Also viel vergrößern meine ich jetzt. Ja. Guck mal, das ist Schlossendermütz. Weil es ist ein Polar-Wiesatz. Ich habe keine Ahnung, dass es Polar ist. Scheiß. Boah, ich gehe jetzt nicht jedes Ding hier durch und... Das waren zu viele. Wir müssen es nochmal gucken. Hm, das müssen wir wenigstens, ne? Guck mal gucken. Stand da. Polarisationsfilter. Ach, den Klon. Nee. Ach, guck mal hier, wo der hier ist. Oh, ey. Oh, ey. Ey. Oh, der braucht einen Stift oder so einen Scheiß in der Hand. Der macht da irgendwas. Der malt da was. Ich habe keinen Stift. Ach, der Affen. Der Finger fehlt, oder? Weißt du das? Ach. Der Affenbanden, ihr... Ach, ich so. Boah, das ist hier gerade anspruchsvoll. Ähm. Guck mal irgendwas. Sag mal. Äh. 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 Ich kann das Ding nicht. Ach ja, kacke. Ich guck mal nicht durch. Ist ja noch wassermäßig. Aber das Seil kannst du jetzt, ähm... Ja, wenn das so klappt. Ja, mal gucken. Das kannst du jetzt mit A... Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal. sch Quatsch. Hälst du da messen? Ich guck mal ehrlich. Dann versuches normal. Wenn nicht, dann haben wir uns sonst wenigstens was gemacht. Achso. Achso, vielleicht kann man das vielleicht sehen. Also mit dem Ballon kannst du Gas füllen. Ja. Oh, das bringt mir ein Ballon. Ist das nicht so? Ist das ein Scheiß? Ja. Oh. Oh. Oh, das ist der Scheiß. Okay. Alter. Oh, dein Finger fährt. Hey, Alter, ich krieg den Knall. Und die Ballons können es ja noch kaputt machen, dann ist das nicht. Ich weiß nicht, aber was drin ist. Guck mal, die kommt nach Hause. Nach Hause. Oh, mein Gott, mein Scheiß. Wo fährst du das fern? Ja, was ist das denn? Ach, guck mal, das ist die Oma. Ah, hat mir das Fernrohr da ran. Klau, Fernseher. Ah, Kombination, super. Gehänkelfrau, Vogel auf eine Glocke und Embryo. Gehänkelfrau, Vogel auf eine Glocke. Hast du Finger jetzt drin? Und dann schreibt das, passt das auf. Ja. Ehi, ja. Stroh, Puppen, Focken? Das sieht so aus, als ob er etwas ganz Bestimmtes dazwischen seinen Fingern haben will. Na ja... Bluse, Alter! Hä, hat das jetzt gebracht? Na das Passwort, hallo? Ah, das Passwort, natürlich. Weil er manchmal schlägt, der ist... Kranker Scheiße, Alter. Alter, der muss raus aus der Ohrenanstalt, ey. Dann ficke ich den, richtig den Clarence... Lukas! Lukas... Alter! Alter! Wo bist du denn? Ficker. Hier. Ja, ja, ja. Alles klar. Kakker Shit, Alter. Ey, sag mal. Sag mal. Nee, da muss ich... Äh... Nee, da war der Lufthold. Oh, ey. Okay. Okay. Gehen wir mal an die Tote ran. Die Tote? Ah, du sollst hier ran stücken. Der ist total krank. Der ist total krank. Da würde ich aber auch ein bisschen mehr schreien, oder? Wenn ich den nicht verbrenne. Das ist das Grausame, Alter. Nein! 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 Geht nicht. Das ist nochmal. Schnell. Oh, ich war dran. Ich hab dran gedrückt, wenn du den Ding ging. Seitdem du das... Happy Birthday! Danke! Wer hat mich gewonnen? Alter! Nee, mach du das mal weiter. Ich hab so einen Schuh flogen. Das war ganz schön hart. Das war böse. Das war böse. Das war böse. Ja. Boah, da lädt aber alles. Das Spiel fällt mir nach. So, durch den Unschau mal aus. Oh, wir lassen arbeiten. Das ist mir jetzt alles aufgefallen. Ja, der kann doch eben gerade erst vorbekommen. Oder? Dann kommt er gleich. Was hat er jetzt gebracht? Äh, nichts. Wie immer nur... Krank... Psycho... 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 Ne, spreche ich nicht. Doch, doch, doch. Komm. Jetzt müssen wir uns das Tape nochmal angucken. Was? Ich wollte nicht noch auf den Speicher nachdenken, wenn du das erwähnt hast. Oh, sieggerlich. Geh. Ich habe noch nicht nur einen Spruch. Ich führe das immer nicht so glücklich. So, schweig. Ist es so schweig. Du ständig schon so fluch. Du ständig so gut. Willst du nicht hinter die Fußstapfen? Hm? Willst du nicht hinter die Tür gucken? Wo es da ist? Das ist immer noch ein Säge. Ne? Ich hab damals... Wolltest du mir? Äh, irgendwas sonst nicht. Ich hab die Freude alles voll. Okay. Ich brauche noch eine Chemikale. Ich brauche noch eine Chemikale.